Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt ein illegales Straßenrein in Hamburg und wir von TalkTort sind natürlich dabei. Astrid Drolle gegen Helge Thomsen, ein Tag der Legenden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht gleich los. Drei, zwei, eins, null. Wer wird gewinnen? Der Trabi oder der Käfer? Nein, es ist der gute alte Westen. Wir haben einen Sieger und wir küren ihn beim nächsten Talk der offenen Tür. Untertitelung des ZDF für funk, 2017